Guten Abend. Sagt man das ist nur bei mir so oder ist das bei euch auch so mit diesen lustigen Rückfahrscheinwerfer mit der Optik. Ihr seht jetzt hoffentlich gleich was ich mein. Da diese krissels. Man sieht es ja auch wenn ich fahre. Man hat irgendwie was aber sieht trotzdem irgendwie komisch aus.